Damit kann man angeblich unbemerkt cheaten. Ich surf so im Internet, wird mir so ein Adapter für den Controller vorgeschlagen. Ich möchte auch gar nicht sagen wie der heißt, weil was das Teil kann ist einfach cheaten. Ich stecke den einfach hier dran und dann an die Konsole oder dem PC. Jetzt kann ich einfach 8 verschiedene Mods aktivieren, wo ich alles einstellen kann. Automatisches Quickscopen oder den schnellstmöglichen Einzelschuss. Also statt einfach oder Anti-Recoil. Also statt ganz einfach und dann gibt es auch noch einen Subscription Service, wofür fast alle Shooter, alle Waffen perfekt eingestellt sind. Das Teil ist einfach Cheaten, aber es ist ein Hardware Cheat, das heißt es wird von der Anti-Cheat Software meistens gar nicht erkannt. Also wer weiß wie viele das Teil schon heimlich verwenden.